Die 19. Station, August Karl Eduard Kiss, Bildhauer. Am 11. Oktober 1802 wurde August Kiss im Pappbrozau in Oberschlesien geboren. Sein Vater war Stahlhüttenmeister. Schon früh erkannte dieser die große künstlerische Begabung seines Sohnes und förderte konsequent sein großes Talent. Nach Privatunterricht ging August Kiss auf das Gymnasium in Gleiwitz. Danach erlernte Kiss in der königlichen Eisengießerei in Gleiwitz den Beruf des Medailleurs. 1822 zog er nach Berlin, wo er in der Medailleurwerkstatt der Berliner Eisengießerei arbeitete und zugleich Unterricht im Ziselieren und Porträtieren erhielt. Anschließend arbeitete er im Atelier von Christian Daniel Rauch. Hier führte er nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel die Reliefs für das Giebelfeld an der Nikolai-Kirche in Potsdam aus. 1830 erhielt er eine Stelle als Lehrer für Ziselieren am von Christian Beuth geleiteten Königlichen Gewerbeinstitut. 1837 nahm ihn die Akademie der Künste als ordentliches Mitglied auf. Im Januar 1839 modellierte er die mit einem Panther kämpfende, auf einem Pferd sitzende Amazone, die ihn auf einen Schlag über die Grenzen Preußens hinaus bekannt machen sollte. Schinkel und Beuth ermutigten ihn, diesen Entwurf für die Treppe des Alten Museums als großes Tonmodell auszuführen. 1839 wurde es dort ausgestellt und so positiv aufgenommen, dass Berliner Kunstfreunde einen Förderverein für den Guss der Skulptur gründeten. 1842 erfolgte der Bronzeguss und ein Jahr später die Aufstellung vor dem Alten Museum in Berlin. Ein Zeitgenosse bemerkte, die höchste menschliche Kraftäußerung der brutalen Gewalt des Angriffs eines wilden Tieres gegenüber hat der Künstler in ergreifender Weise zur Anschauung gebracht. Auf der Londoner Weltausstellung im Jahr 1851 erhielt Kiss für eine dort ausgestellte Kopie in Zink den ersten Preis. Nach der Weltausstellung trat das Ausstellungsstück per Schiff die weite Reise über den Atlantik an. Ein Amerikaner hatte sie gekauft. Vor allem die kraftvolle Abbildung des Amazonenpferdes erregte große Aufmerksamkeit. So erhielt Kiss wichtige Aufträge für Reiterstandbilder. 1841 entstand das Denkmal Friedrichs des Großen zu Pferde in Breslau. 1844 und 1851 Reiterstandbilder König Friedrich Wilhelms III in Königsberg und Breslau. In Potsdam wurde 1845 sein Standbild König Friedrich Wilhelms III zu Pferde aufgestellt. Ein weiteres Meisterwerk neben der Amazone vor dem Alpenmuseum ist auch das 1855 geschaffene kolossale bronzene Reiterstandbild des Drachentötenden Heiligen Georg. Dieser einmalige Großplastik stand ursprünglich im Hof des Berliner Stadtschlosses und hat jetzt seinen Platz im Nikolai-Viertel gefunden. 1856 schuf Kiss die Statue des Erzengels Michael, die auf dem Dach der St. Michaelskirche auf dem Michael-Kirchplatz steht. Eine weitere, aber vergoldete Statue des Erzengels Michael grünt die große Kuppel des Schweriner Schlosses. Auch die Grabmedaillons an den Grabsteinen von Karl Friedrich Schinkel und Christian Daniel Rauch auf dem dorothenstädtischen Friedhof in Berlin sind von ihm. Am 24. März 1865 starb August Kiss in Berlin und fand seine letzte Ruhestätte hier auf dem alten St. Matthäuskirchhof. Sein dreiachsiges Wandgrab ist von erhabener Schlichtheit. Ein Gitter umrahmt die beiden auf dem Grab liegenden Platten aus Marmor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017